recht herzlich willkommen zur 38 folge von this war of mine ja tag 38 wir waren letztes mal in der autowerkstatt und müssen jetzt voll beladen zurückkommen ja wollen wir mal schauen sie ist fertig ist klar nach durch machen ist ja auch nicht so einfach aber das kriegen wir schon hin oder pavl hat selbstmord begannen das ist aber ganz schlecht katja geht es besser wir müssen oder super oder okay verdammt harter aussage vielleicht ist es besser so unsere gruppe kann schwächlinge die pavl nicht gebrauchen unsere gruppe besteht auch nur noch aus dir am boden zerstört ist sie was macht sie denn nix mehr macht sie ja wir haben jetzt ein problem oder sie ist hungrig krank verletzt am boden zerstört und müde das spricht gerade nicht so sehr für eine aktion hier machen kommen kommen wir mal gerade in unsere sache ein tja katja macht jetzt nix mehr ne dann können wir auch schon den tag beenden eigentlich oder es geht ja nicht voran ja sie können im bett schlafen wir können auch nirgendwo hingehen dann können wir das gleich durchziehen oder wir wurden ausgeplündert fleisch wurde gestohlen im wasser hat mit zwei patronen geschossen wir hatten leider keine wache na ich bin so krank ich glaube mir geht es nicht zu ende jetzt ist nur deprimiert haben wir den verband nein weil sie ist krank das heißt sie kann eine tablette essen und sie geht zum glück dahin also schon mal etwas dann müssten wir eigentlich mit ins krankenhaus gehen immer mal schneller hoch macht es aber glaubt sowieso nicht wenn sie so schwer verletzt ist ja dann können wir nur essen kochen zehn grad haben wir es ich werde das in das krisen nicht miterleben mädchen so musst du nicht denken dann wird das auch nix oder machen wir was zu essen ruhig zwei davon können wir auch gleich vier von machen würde ich sagen machen wir das noch so dass wir heizen das lebensmittel daraus holen und da sogar jemand an der tür und das ist der händler ok erstmal noch essen der händler bleibt ja noch was ich denke wir können wo ich noch einmal mehr essen dann ist sie nämlich sagt das geht nämlich auch glaube wohlgenähert steht da ok machen wir gerade feuer an damit es warmer wärmer wird warmer wird und dann müssen wir gleich schauen dass wir sachen beim händler kriegen können so dann dahin einmal dem mittel tauschen das kriegen wir hin gleich wieder das fleisch da rein und da auch und dann gucken wir was der händler so zu bieten hat schön wäre es ja wenn er dann ein verband mit hat das wäre sicher das beste so dann gehen wir mal gucken er hat einen mit den nehmen wir dann auch tabletten hätte ich dann auch gerne was haben wir patronen hatte kein gemüse sehr gewöhnliches zeug ein sparten wird er gerne haben wollen die gitarre möchte haben aber die würde ich gar nicht gegeben dann müssen wir gucken da müssen wir gucken die müssen wir erst dann reparieren gut wir können uns einigen das würde ich dann auch machen wollen dafür obwohl ich will gerade gucken oder doch kommen das machen wir damit die nehme ich wieder sehr großzügig da können wir uns einigen tauschen wir das gegen das das ist ja auch ein guter weg das reicht nicht wasser wird nicht mehr gehen geht da noch einer nein geht auch nicht dann geht auch kein holz mehr oder ne dann machen wir den handel aber wir handeln weiter da könnten wir zwei entbehren noch dann nichts dann könnten mal gucken was wir dafür kriegen das besser wäre ja schon interessant das ist großzügig da können wir uns einigen ein holz kriegen wir noch zwei dazu aber drei nicht mehr geht dann noch so einer ja aber nur einer dann handeln wir die zwei fleisch auch so was will der dafür haben das ist eine gute frage ne das reicht nicht aber das ist schon gutes angebot oder wie sehe ich das drei patronen gegen das der sparten geht weg und drei patronen dafür obwohl so ganz ich sag mal nicht mehr interessiert erstmal den filter einsetzen temperatur ist 15 grad das geht oder wir müssten wir machen erst hier den verband ne medikament hat sie aber schwer verletzt müssen wir erst den verband umlegen das ist wichtiger gut dann gehen wir jetzt hier runter oder erst dahin wenn wir erst dahin weil es auf dem weg liegt sie auch schneller und nicht wirklich der husse zu warten bisschen ach wird sie schon überleben jetzt wird die zeit ein bisschen knapp so wir können viel machen ich glaube was wir brauchen auf jeden fall filter da machen wir erst mal zwei von die tür mit dem alarm wäre dann auch noch interessant glaube weil die sprot lente noch hinkriegen naja das hätte von zeit her nicht klappen anzahl einer dauert eine stunde das zu machen und das ist eine waffe die stellen wir nächstes mal her aber jetzt müssen wir erst die filter einsetzen da wird es auch nicht mehr schneller von das ticken höre ich schon so dass man auch gerade hoffe das klappt noch 37 das müsste noch gehen und das schaut man nicht mehr ja plündern ja aber richtung krankenhaus das ist dort dann können wir uns wahrscheinlich verärzten lassen dann noch nochmal zurück krankenhaus nochmal kann man da handeln auch weiß ich jetzt gar nicht mehr aber eigentlich war da auch handel angesagt ne wo ist das krankenhaus da statt krankenhaus ne doch nicht ne doch nicht ok ich glaube da braucht man aber nix ne oder ne da gehen wir mal grad hin das ziel ist aber nicht unbedingt plündern sondern das ziel ist ein verband zu kriegen was das war dein letztes vier ich bringe dich um na da gehen wir lieber weg ne schade den verband haben wir nicht gekriegt ok dann würde ich aber sagen soll es für die folge auch reichen ich bedanke mich fürs zuschauen und würd mich freuen wenn ihr das nächste mal mit dabei seid bis dann tschüß Bis zum nächsten Mal.